Wir haben das Konzept für die Nachnutzung des Standorts der Stadtsparkasse Willkommen im Grönen genannt. Das Projekt beginnt eigentlich mit einer Straßenbegleitung an der Kölner Straße, am Kreisverkehr am ZOB und erzeugt eigentlich ein sehr grünes Binnenklimat mit einer Kette von sechs Wohngebäuden. Man kann es hier auch sehr gut am Modell erkennen, die eigentlich eine autofreie innere Wohnlage erzeugen. Sicher 200 Wohnungen werden hier gut entstehen können und einen neuen Elisenplatz, den sieht man hier im Bild, wo zum Beispiel im Erdgeschoss eine zweigeschossige Kita, also im Erdgeschoss im ersten Obergeschoss eine Kita sind mit den Freiflächen für die Kids und darüber auch wieder einen Beitrag zur Attraktivierung der Innenstadt liefert. Das sind unterschiedliche Wohnformen für Ältere, für Familien, aber auch für Singles. Im Erdgeschoss hier oben an der Kölner Straße gibt es Gewerbeeinheiten, sodass das Projekt tatsächlich eine Verstärkung der Innenstadt als attraktiver Wohnstandort, als vielfältige Situation darstellt. Also willkommen im Grünen, willkommen in Solingen. Das ist unser Beitrag und wir haben uns sehr gebräut, dass wir das Verfahren für uns gewinnen konnten. Das ist unser Beitrag und wir haben uns sehr gebräut, dass wir das Verfahren für uns gewinnen konnten.